Dieser Tag geht in die Geschichte ein. Der 11. September hat einen Terror klargemacht, der sicherlich in einer Weise wahrgenommen wurde, wie er vorher noch nie wahrgenommen wurde. Er hat Spuren hinterlassen, Schicksale besiegelt und Biografien beeinflusst. Die Straßen waren dann schnell voller Lärm und dann diese Löcher in den Türmen, die waren wie große Wunden. Fernsehbilder machen Millionen Zuschauer zu Zeitzeugen. Wenn man jetzt sieht, dass da jemand aus dem Fenster springt und dass es eben kein Fake ist, sondern das ist so. Also das ist schon eine extrem beklemmende Situation gewesen. Und dann habe ich New York erlebt, wie ich es hoffentlich nie wieder erleben werde und auch noch nie erlebt habe. Mir war klar, vor allen Dingen als dann die Türme einstürzten, dass hier gerade Weltgeschichte in dem Sinn geschrieben wird. New York am Morgen des 11. September 2001. Es ist kurz vor 9 Uhr. Die meisten Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit. Der Münchner Professor Florian Holzboer ist beruflich in der Stadt. Er hat mehrere Tage einen wissenschaftlichen Kongress besucht. Ich wollte am 11. September zurückfliegen und deswegen war ich auch gerade so beim Koffer packen, guckte aus meinem Hotelfenster heraus in der Früh um 9 Uhr. Und wunderte mich, dass ich da ein Flugzeug sah über Manhattan. Das sieht man normalerweise nicht. Und verfolge das und sehe, dass es in das World Trade Center hineinfliegt. Und kurz darauf kam ein zweites und es war ein schütternder Anblick. Die Bilder gehen um die Welt. In Berlin sitzt die damals 18-jährige Nachwuchs-Schauspielerin Pega Feridoni vor dem Fernseher. Weil ich schon zu dem Zeitpunkt in Filmen und Fernsehen gearbeitet habe, habe ich diese Bilder nicht verstanden. Also ich bin von Special Effects ausgegangen. Ich dachte, Moment mal, also was ist denn das? Also habe ich gemerkt, nee, das ist echt, aber das kann irgendwie nicht sein. Das kann überhaupt nicht echt sein. Innerhalb von 20 Minuten stürzen zwei Flugzeuge in die Tower des World Trade Centers. Persönlich habe ich mich sehr betroffen gefühlt, weil man mit den Kollegen, die dort im Flugzeug sitzen, fühlt. Also da ist eine internationale Gemeinschaft, die sich dann solidarisch fühlt mit den Piloten und den Fluggästen, die dort in dieses Haus geflogen werden. Der ehemalige Pilot Hans Rahmann ist Vorsitzender der Stiftung Mayday. Eine Kriseninterventionseinheit, die bis dahin Notfälle in diesem Ausmaß nicht kannte. Das damalige Szenario war ja immer so, dass wir von Terroristen ausgingen, die auch am Leben bleiben wollten. Und das war ja das Einschneidende vom 11. September, dass die nicht am Leben bleiben wollten. Mit dem Einschlag der zweiten Maschine um 9.03 Uhr ist klar, es ist ein gezielter Angriff auf die USA. Also mein erster Gedanke war, jetzt geht's los. Also das ist das Ende. Das ist der erste Tag vom Ende. Jetzt bricht der dritte Weltkrieg los oder jetzt sind wir dran oder jetzt ist die ganze Welt dran. Jan Reinmüller ist gegen 9 Uhr auf dem Weg zur Arbeit. Mit einem Praktikum bei einem deutschen Unternehmen im IT-Bereich in New York hat er sich einen Jugendtraum erfüllt. Und ich erinnere mich noch wie heute dran, dass ich Musik gehört hatte. Was ja auch zu diesem American Life gehört und damals Walkman auf und hat Musik gehört. Und auf einmal habe ich nur realisiert, wie alle um mich drumherum auf einmal ihre Handys angemacht haben. Alle Handys an. Und genau in dem Moment habe ich so nach links aus dem Fenster geschaut und sehe die World Trade Center und wirklich die Rauchwolken aus dem einen Tower, habe ich gesehen, rauskamen. Und danach ist der Zug dann abgetaucht und am East River nach Manhattan. Und da ist dann natürlich auch die Handyverbindung abgerissen bei einigen und alle waren so, was ist da passiert? Im ZDF-Auslandsbüro in New York. Redakteurin Julie von Kessel plant, an diesem Tag über die Fashion Week zu berichten. Kurz vor neun kam eben der Korrespondent, der Udo Frank Ampen, der das Büro hatte, was eben nach Süden hin blickte, kam zu uns rein und meinte, habt ihr gesehen, da ist ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen. Etwa sechs Kilometer Luftlinie sind die brennenden Tower vom ZDF-Büro entfernt. Und dann war auch der Kameramann schon da und ich bin mit dem Kameramann dann nach Ground Zero gefahren. Das Ausmaß der Anschläge für die ZDF-Crew damals noch nicht absehbar. Das war so ein surreales Gefühl. Also wir saßen dann im Taxi, sind runtergefahren. Ich war eben noch genervt, weil ich dachte, wie schaffe ich das jetzt, zu meinen anderen Drehs zu kommen. Und als wir dann vor Ort waren, dann war ich ziemlich geschockt, also wie schlimm das doch aussah. Weil wie die Leute auch drauf waren, die uns entgegenkamen, die waren halt alle wahnsinnig mitgenommen. Tausende Menschen fliehen aus den brennenden Türmen. Die beiden Flugzeuge waren voll betankt über ihrem Arbeitsplatz eingeschlagen. Ich wollte auch, weil ich es irgendwie gut machen wollte, dann direkt an die Tür ran. Und da waren noch Polizisten und Sicherheitsbeamte, die meinten, geh zurück, weil hier Gegenstände fliegen. Also es fliegen Sachen durch die Luft. Und in der Tat flog ganz viel Papier, rieselt die ganze Zeit runter. In Berlin macht sich zur gleichen Zeit Lars Fiechtner große Sorgen um seine 22 Jahre ältere Schwester. Und ja, zu realisieren, wenn man jetzt sieht, dass da jemand aus dem Fenster springt und dass es eben kein Fake ist, sondern das ist so. Also das ist schon eine extrem beklemmende Situation gewesen. Seit zwei Jahren arbeitet seine Schwester Ingeborg als Speditionskauffrau im World Trade Center. Ja, hab dann versucht, über das Handy meine Schwester zu erreichen. Was natürlich vollkommen sinnlos war, spätestens nach 001, 212, wo er in New York war, Schluss, gab's keine Verbindung. Der deutsche Jan Rhein-Müller arbeitet zur gleichen Zeit nur wenige Kilometer entfernt, auch in einem Wolkenkratzer. Und man weiß, ich komm hier nicht mehr raus. Es ist ja nicht so diese Vorstellung, so gefangen zu sein, dass man am Ende einfach nur einen Ausweg sucht und irgendwie aus dem hundertsten Stock springt und denkt, ja, vielleicht überlebe ich das jetzt. Und das zu realisieren, was da passiert ist und wie die Menschen da wirklich als letzten Ausweg nur noch gesehen haben, naja, ich probier's halt mal. Also überhaupt diesen Schritt zu gehen, ohne vielleicht vorher noch zu versuchen, zu versuchen, aus dem, vielleicht durch die Notausgänge rauszukommen, so aufzugeben. Also das hat, das ist, glaube ich, den Schritt zu tun, dass da, den konnte ich, der ist mir immer wieder durch den Kopf gegangen, das konnte ich, das konnte ich gar nicht realisieren. Reporter aus aller Welt berichten fürs Fernsehen. ZDF-Redakteurin Julie von Kessel ist seit einer halben Stunde vor Ort. Und dann haben wir die Interviews gemacht mit den Leuten, die eben rauskamen. Und beim dritten oder vierten Interview hörte ich dann eben so ein Grollen, was irgendwie immer näher kam wie so ein Erdbeben und guckte hoch. Und sah dann eben, dass das Gebäude einstürzte, aber konnte dann so ein paar Sekunden das nicht wirklich registrieren. Also ich hab's zwar gesehen, aber ich weiß noch ganz genau, dass ich nicht reagiert hab. Und dann, ähm, dann war aber schon sofort so ne Aschewolke da, die uns so umhüllt hat. Und dann, dann sind wir einfach nur noch gerannt und der Kameramann und ich, also, ja, aber wir haben uns dann verloren in dieser Aschewolke. Also, nee, wir haben dann erstmal beide gar nichts mehr gesehen und es waren nur noch Schreie überall und man wusste eben nicht genau, wo das jetzt runterkrachte. Und dann sind dann einfach nur gerannt. Also in dem Moment wurde mir dann schon klar, dass hier Lebensgefahr war. Julie von Kessel schafft es zurück ins ZDF-Studio. Auch der Kameramann überlebt. Kurze Zeit später berichtet sie live. Wir kamen unten an, beide Gebäude standen noch, beide Gebäude haben gebrannt, Menschen sind rausgesprungen. Leute kamen und ins Gegend gerannt und die Zeugen berichteten, dass überall ums Gebäude herum einfach Leichen lagen. Menschen sind die ganze Zeit aus dem Gehörter rausgesprungen. Der Münchner Wissenschaftler Florian Holzboer beobachtet die Anschläge zeitgleich aus seinem Hotel. Das war für mich unfassbar, dass ein Turm, so ein großes Gebäude, durch so einen Einschlag dann so aus dem Gleichgewicht gebracht wird, dass er in sich zusammensinkt. Und von dem Moment an war der Gestank in dem Teil Manhattans unerträglich. Und man musste ja auch immer dran denken, dass das eigentlich in diesem Geruch auch der Geruch verbrannter Menschen enthalten ist. Wie viele Menschen überlebt haben, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Üblicherweise arbeiten bis zu 30.000 in den Büros des World Trade Centers. Auf der Straße lagen ganz viele Schuhe, Taschen. Alle hatten halt alles fallen gelassen. Und das war für mich auch wie so eine Kriegsszene irgendwie. Jan Reinmüller ist geschockt. Er verlässt sein Büro, geht in Richtung World Trade Center. Viele Menschen, die geschrien haben, andere Menschen, die nach Blut geschrien haben, Blutspende, Blutspende, bitte geht dahin, dahin. Und das war alles so. Man konnte das gar nicht glauben, was da eigentlich passiert ist. Und dann habe ich New York erlebt, wie ich es hoffentlich nie wieder erleben werde und auch noch nie erlebt habe. Totenstille und kein Auto auf der Straße. Die Nachricht von den Terroranschlägen erreicht nicht jeden sofort. Die Schauspielerin Iris Berben dreht am 11. September 2001. Erst in einer Pause erfährt die Filmcrew von den Ereignissen in den USA. Es wurden die Fernseher angeschaltet und wir haben aufgehört zu drehen und haben, weil wir auch gesagt haben, wir wissen gar nicht, wo das ist. Wir können jetzt nicht hier mit unserem kleinen Film weitermachen. Das kann da, passiert gerade etwas in der Welt. Suche nach weiteren Überlebenden. Vor dem Kollaps der Türme konnten 13.000 Menschen aus den Gebäuden gerettet werden. Doch im Chaos der Anschläge wissen viele Menschen nicht, ob ihre Angehörigen überlebt haben. Lars Fiechtner aus Deutschland hat vergeblich versucht, seine Schwester zu erreichen. Nachdem wir dann eben den ersten Kontakt hatten mit Freunden von ihr und sie sich also nicht gemeldet hat, da wurde man natürlich schon deutlich unruhiger und hat natürlich sich Gedanken machte, was jetzt passiert ist, ob sie eben schwer verletzt ist, ob sie tot ist oder wie auch immer. Plötzlich ein Lebenszeichen von seiner Schwester Ingeborg. Letztendlich war es dann halt so, dass Freunde mich in der Nacht vom Mittwoch zu Donnerstag halt angerufen haben, dass sie halt Inge gefunden haben und dass er im Krankenhaus ist und dass er noch lebt. Das Gefühl war natürlich eine große Erleichterung, weil, ich sag mal, das, was man vorher oder was ich vorher nie nachvollziehen konnte, ist das Gefühl der Unsicherheit oder der Unwissenheit, dass es eigentlich viel schlimmer ist, als wenn man mit der Tatsache konfrontiert wird, dass jemand gestorben ist. Man hat halt nur das Ergebnis gehabt, dass sie eben extreme Verbrennungen hatte, also weit über 70, 80 Prozent der Körperoberfläche eben verbrennungsweiten und dritten Grades. Durch die Anschläge bricht der Flugverkehr zusammen. Keine ausländischen Maschinen dürfen den amerikanischen Luftraum weiter ansteuern. In diesem Moment sitzt der Münchner Modedesigner Johnny Talbot in einer Maschine Richtung New York. Er will die Fashion Week besuchen. Ungefähr sechs Stunden Flugzeit habe ich auf den Monitor geguckt und habe gesehen, wir fliegen in die falsche Richtung. Später kam der Pilot und hat gesagt, das ist ein Problem und wir fliegen nach Kanada. Da ist ein Unfall in New York passiert. Und beim Landen habe ich aus dem Fenster geguckt und habe gesehen, da waren Flugzeuge ohne Ende. Da waren wirklich 100 Flugzeuge da. Und ich habe gedacht, das ist kein Unfall, das ist irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Sein Geschäftspartner Adrian Runhoff verfolgt zu der Zeit die Bilder der Anschläge in seinem Münchner Büro. Ihr gemeinsamer Traum war immer Erfolg als Modeschöpfer in New York. Ich hatte natürlich auch schon Stunden versucht, ihn zu erreichen und zu erfahren, wo er ist und habe mir natürlich wahnsinnige Sorgen gemacht. Die Maschine, in der Johnny Talbot sitzt, wird nach Halifax in Kanada umgeleitet. Rund 1000 Kilometer von New York entfernt. Auf diesem kleinen Flughagen waren auf einmal 12.000 Leute und in eine Riesenhalle gelaufen. Und oben, wo in die Ecke, an die Decke war ein Fernseher. Und da hat man dann die erste Bilde gesehen. Und das war schon heftig. Ich habe geweint. Aber dann war ich sehr ruhig und ich wollte einfach allein sein. Zu dieser Zeit betreut Hans Rahmann von der Kriseninterventionsvereinigung Mayday deutsches Flugpersonal. Ich habe, nachdem ich die ersten Bilder gesehen habe, mich ganz bewusst abgewandt von diesen Bildern. Wir haben uns als Betreuungsteam auch von diesen Bildern abgewandt, weil sich da etwas ins Gehirn brennt, was einen untätig werden lässt. Man wird so hilflos und so bedrängt von diesen Bildern, dass man nichts anderes Vernünftiges mehr denken kann. Und das war teilweise unsere Arbeit in den ersten drei, vier Tagen, dass wir mit den Besatzungen unterwegs besprochen haben, wie man diesen Bildern ausweichen kann. Denn die waren ja omniprozent und haben die Besatzungen regelrecht verrückt gemacht. Auch in Deutschland sind alle Flüge Richtung USA annulliert. In Berlin versucht Lars Fichtner, einen Flug nach New York zu bekommen. Seine Schwester hat die Anschläge im World Trade Center schwer verletzt überlebt. Nachdem feststand, dass Inge lebt und in einem stabilen Zustand ist, war eigentlich der erste Gedanke, wir müssen rüber. Und haben dann eben versucht, erst mal über das Auswärtige Amt einen Flug zu bekommen. Und das hat sich dann halt eben wirklich herausgestellt, das, was man vielleicht sogar befürchtet hat. Also in solchen Situationen ist man auf sich allein gestellt. Also außer dummen Sprüchen, ich muss das mal so sagen, haben wir eigentlich überhaupt keine Unterstützung seitens der deutschen Regierung gehalten, vom Auswärtigen Amt nicht oder von anderen Stellen. Erst nach sechs Tagen gelingt es Lars Fichtner, seinen Flug nach New York privat zu organisieren. Am Montag, Nachmittag, konnten wir sie im Krankenhaus besuchen. Und das war halt vollkommen bandagiert. Ja, Beatmungsschläuche, Intubation, piepsende Geräte. Also es war von meiner Schwester nichts zu erkennen. Nichts, gar nichts. Es war nur, es war eine Mumie. New York nach den Anschlägen. Totenstille. Und dann diese Stille und dann kam diese Traurigkeit. Diese immense Traurigkeit, weil man halt realisiert hat, was eigentlich passiert ist. Bei den Anschlägen in New York sterben über 2700 Menschen. Aus dem Krankenhaus kommen schlechte Nachrichten für Lars Fichtner. Letztendlich ist dann eben das eingetreten, was häufiger eintritt, dass eben aufgrund der großen Oberfläche, die verbrannt war, eben das zu massiven Infektionen gekommen ist und sie dann am Multiorganversagen verstorben ist. Die Schwester wohnte seit den 60er Jahren in New York, hatte sich damit einen Traum erfüllt. Der 11. September und seine Folgen. Der Auftakt für ein Forschungsprojekt des deutschen Psychotherapeuten Professor Florian Holzbohr. Er hat die Anschläge als Augenzeuge in New York live miterlebt. Hier ist eine Sondersituation, weil hier zum gleichen Zeitpunkt tausende von Menschen das gleiche Trauma erlebt haben. Die Ängste sind interessanterweise immer die gleichen. Immer wenn sie ein Flugzeug hören, kommt ihnen wieder dieses Ereignis vom 11. September in den Sinn. Und zwar so massiv, dass sie in dem Moment dann auch gar keine anderen Gedanken fassen können. Dieses immer wieder neu erleben dessen, was da passiert ist, ohne dass man das unterdrücken kann. Das ist also nicht der willkürlichen Kontrolle unterworfen. Diese Situation ist unerträglich für viele. Ich habe noch immer heute, wenn ich die Bilder sehe, ist es ein derart emotionaler Moment, dass ich ihn nicht aushalte. Ich mag es nicht, ich kann es nicht sehen, ich schalte weg, ich gehe vom Fernseher weg, ich gehe von den Bildern weg. Hans Rahmann von der Stiftung Mayday hat nach den Anschlägen Flugpersonal betreut. 95 Prozent der Flugbegleiter und Piloten, die er in dieser Zeit begleitet hat, belasten die Ereignisse nach einigen Jahren nicht mehr. Die fünf Prozent, die übrig bleiben, haben entweder Depressionen, das ist der größte Anteil, oder eine posttraumatische Störung. Oder sie haben Alkoholmissbrauch, also Drogenmissbrauch, oder eine Kombination aus allem. Und das wird schwierig, weil von denen, die dann erkrankt sind, die scheiden dann in der Regel aus den Berufen aus, verlieren ihre sozialen Kontakte, vereinsamen, bis dahin, dass vielfach auch ein Suizid dann das Endresultat ist. Auch New York, die Millionenmetropole, muss ein Trauma verarbeiten. Die Antwort? Business as usual. Das hat mich sehr erstaunt, dass es eigentlich direkt weiterging. Und das werde ich, glaube ich, auch bis heute nicht verstehen. Wie eine Stadt zwischen extremer Traurigkeit, Erschütterung und dann gleich wieder den Schalter umlegt und es geht weiter. Aber vielleicht ist es auch, dass diese amerikanische, die Art, dieser Optimismus, jetzt geht's weiter, jetzt packen wir es an und wir lassen uns hier nicht erschüttern. Der IT-Praktikant Jan Rheinmüller entschließt sich, eine neue Wohnung zu suchen. Durch die Terroranschläge sind die Immobilienpreise gesunken. Da bin ich dann eigentlich direkt gegenüber dem Crown Seaer eingezogen. Damals in so einer Penthouse-Wohnung und wo früher nur Investmentbanger gewohnt hatten und die auf einmal dann fluchtartig die Stadt verlassen haben. Und jeder hat mich irgendwie auf diesen Geruch angesprochen, warum das hier so riechen würde. Wir haben es beschrieben mit Chemikalien, wahrscheinlich auch Mensch, es ist ein Mix aus allem gewesen. In der Wohnung selber nicht, nur wenn man halt rausgegangen ist. In bestimmten Kreuzungen hat man das dann halt gerochen, kommt immer darauf an, wie der Wind gestanden hat. Aber angenehm war es nicht, das auf keinen Fall. Nach dem Anschlag kam Iris Berben mehrmals nach Manhattan, um Ground Zero zu besuchen. Das ist ja doch eine, das ist ja eine Wunde, die nicht verheilt. Und immer noch, wenn du dort bist, am Ground Zero, das ist ja immer fühlbar, immer fassbar, immer sichtbar, was dort ist. Und manchmal denke ich, ich würde gar nichts mehr dahin bauen. New York nach 9-11. Die Angst vor neuen Anschlägen bleibt. Fieberhaft suchen die USA den Hauptverdächtigen Osama Bin Laden. Doch wer sind seine gefährlichen Komplizen? Sogenannte Sleeper, die unauffällig in der Mitte der Gesellschaft leben? Plötzlich waren alle Menschen mit etwas dunklerer Haut und dunklen Haaren unter Generalverdacht. Pega Feridoni. Ihre Eltern waren Künstler, im Iran politisch aktiv. Zum Islam hatte die Berlinerin bis 9-11 keinen wirklichen Bezug. Meine Eltern waren unter, sind unter Todesangst aus dem Iran geflohen, sind vor Islamisten geflohen. Und plötzlich sitze ich in Berlin im Jahre 2001 und muss mich, soll mich mit meiner islamischen Identität befassen. Plötzlich habe ich mich an die Wand gestellt gefühlt. Also als wenn jemand wie ich mit Schuld dran wäre, dass das passiert ist. Den Stimmungswechsel in der Gesellschaft erfährt die Schauspielerin auch in ihrem Beruf. Ich habe es dann später in meiner Arbeit zu spüren bekommen als Schauspielerin, dass ich Rollenangeboten bekommen habe, wo es immer wieder um diesen islamistischen Kontext ging. Das öffentliche Bild des Islam nach den Anschlägen verunsichert auch die Schauspielerin Iris Bergen. Alles das, wofür ich eigentlich denke, dass jeder aufgeklärte Mensch und jeder wache Mensch auch einstehen muss, keine Vorurteile zu haben gegen das Fremde, nicht misstrauisch zu sein, offen zu sein, auch gerade gegen das Andere, das Unbekannte, das wird mir wegentzogen, da werden mir die Beine weggezogen, weil ich weiß, dass ich in dem Moment, und das war es da eben auch, es ist Hass, Wut, Ohnmacht, Verunsicherung, Vorurteile, alles stelle ich an mir fest. Und das, finde ich, ist das perfideste und eigentlich die schlimmste Waffe. Die Bilder von Terrorverdächtigen gehen um die Welt. Auch die letzten Fotos des Flugzeugentführers, der die Anschläge vorbereitete. Also Mohammed Atta und Co., die waren studiert, die haben alle mehrere Sprachen fließend gesprochen, die waren sehr, sehr unauffällig, sie waren sehr gepflegt und freundlich. Und mir selber wird ganz mulmig, wenn ich im Flugzeug sitze und irgendwie ein Herr orientalischer Erscheinung sitzt neben mir und ist besonders gepflegt und schaut alle zwei Minuten schwitzend auf seine Armbanduhr. Also selbst ich bin nicht von diesen Bildern frei. Im Herbst 2001 zieht Amerika in den Krieg. Der Kampf gegen das Taliban-Regime in Afghanistan beginnt. Hier sitzen die mutmaßlichen Drahtzieher der Terroranschläge. Im Rahmen der Operationen gerät ein Deutsch-Türke aus Bremen ins Fadenkreuz der Geheimdienste. Murat Kurnatz, 19 Jahre. Er möchte mehr über seine Religion wissen, den wahren Islam kennenlernen. Ich bin nach Pakistan gereist, weil ich die Jamaat-Tablik besucht habe. Es ist eine islamische Gruppe, die absolut unpolitisch sind und sind in gewalttätigen Aktivitäten absolut nicht verwickelt und waren sie auch nie. Doch als islamische Missionsgruppe beobachtet sie damals der Verfassungsschutz. Murat Kurnatz hatte seine Reise schon vor dem 11. September gebucht. Als 19-Jähriger dachte ich, was soll denn schon passieren, wenn überhaupt ein Krieg ausbricht, dann irgendwo in Afghanistan und was soll Pakistan denn schon damit betroffen sein? Kurz nach den Anschlägen fliegt Murat Kurnatz nach Pakistan. Dem 19-Jährigen wird vorgeworfen, sich dort einer terroristischen Vereinigung anschließen zu wollen. Bis heute bestreitet er das. Ich war in einem Bus, in einem kleinen Bus, auf dem Weg hier zum Flughafen. Ich wollte halt zurück nach Deutschland gehen. Die pakistanische Polizei, sie hielten diesen Bus an. Ich konnte wirklich nicht realisieren, dass die mich als einen Terrorist verdächtigen und sogar noch für einen speziellen Terrorist, der irgendwas mit dem 11. September zu tun haben soll. Die pakistanischen Sicherheitskräfte stecken Murat Kurnatz ins Gefängnis. Jeder Kontakt zur Außenwelt wird ihm untersagt. Nach einigen Tagen wird er an die Amerikaner in Afghanistan übergeben und kommt in ein Mietergefängnis. Meine Zeit in Kandahar, das war halt so, dass die mich gezwungen haben, Papiere zu unterschreiben, dass ich angeblich ein Mitglied der Al-Qaida sei und mit der Taliban zusammen gegen die Amerikaner gekämpft hätte. Ich habe natürlich diese Papiere nicht unterschrieben. Und dafür haben sie mich gefoltert. Sie haben es mit Elektroschocks versucht. Sie dachten, dass ich danach unterschreiben würde. Sie haben meinen Kopf unter Wasser getaucht. Da ist ein Eimer voll mit Wasser. Da haben mich zwei Soldaten festgehalten und der eine hat meinen Kopf reingesteckt. Und zu derselben Zeit haben sie in meinen Bauch geschlagen, sodass ich dieses Wasser einatmen musste. Das erweckt den Gefühl, als ob man unter Wasser ertrinkt. Nur mir war klar, dass ich, falls ich unterschreiben sollte, dass meine Familie zu Hause denken würde, unser Sohn ist ja wirklich ein Terrorist. Und später haben sie mich an Ketten an der Decke hochgezogen, bis meine Füße komplett in der Luft waren. Und für fünf Tage haben sie mich hängen lassen. Murat Kurnatz bleibt bei seinen Aussagen unschuldig zu sein. So kommt er nach einigen Wochen nach Guantanamo, dem berüchtigten US-Gefangenenlager auf Kuba. Ich wusste nicht, in welchem Land ich bin. Und da musste ich mich auch an diesen kleinen Käfig gewinnen, wo es keine Toiletten gab und gar nichts. Ein Rechtsanwalt steht ihm nicht zu. Er wird ohne gesetzliche Grundlage festgehalten. Ich durfte meinen Bart und meine Haare nicht rasieren. Heute weiß ich, dass es halt so festgelegt worden ist, weil es gut ins Bild passt. Und deswegen haben sie mich auch öfters im Vergleich zu den anderen mit der Kamera gefilmt. Und haben sie wahrscheinlich irgendwo in den USA gezeigt, weiß ich nicht, als Superterroristen. Nach einem Jahr glauben die Amerikaner nicht mehr an seine Schuld. 2002 soll er an Deutschland übergeben werden. Der damalige Kanzleramtsminister Frank-Walter Steinmeier lehnt das ab. Erst vier Jahre später bewilligt Angela Merkel seine Rückkehr nach Deutschland. Kurnatz sitzt von seinem 19. bis 24. Lebensjahr in Haft. Diese Jahre sind einfach weg und kein Mensch, kein Politiker kann das irgendwie wieder gut machen. In meinem Fall gab es ja keine Entschuldigung, keine Entschädigung, gar nichts. Viele Menschen haben immer noch Angst vor mir, weil sie der Meinung sind, ich könnte wirklich ein Terrorist sein. Das hat schon dazu geführt, dass ich auch Schwierigkeiten habe und immer noch so, dass es immer noch so ist. Wenn ich irgendwo Arbeit suche oder so, dass es schon kompliziert ist doch. Murat Kurnatz konnte niemals eine Verbindung zu einer terroristischen Vereinigung nachgewiesen werden. Heute lebt er wieder in Bremen, ist Vater und arbeitet in einem Sozialprojekt mit Jugendlichen. Die Anschläge vom 11. September haben weltweite Folgen. Der Krieg gegen den Terror beginnt. Auch deutsche Soldaten sind involviert. Oberfeldwebel Tino Käßener ahnt noch nichts. Direkt zu dem Zeitpunkt 11. September oder einen Tag später, die Folgen, alles daraus, waren für mich persönlich noch gar nicht abzusehen. 2002. Als Teil der ISAF-Schutztruppe werden Soldaten der Bundeswehr in Afghanistan stationiert. Ihre Aufgabe, Aufbauhilfe und Ausbildung. Doch auch die Helfer geraten in Kampfhandlungen. Im Juni 2003 ist Tino Käßener zum ersten Mal im Einsatz. Also da in Afghanistan ist das Schwierige wirklich, Freund und Feind auseinanderzuhalten. Also das ist eigentlich unmöglich, weil die Männer sehen eigentlich alle gleich aus mit dem Rauschenbart. Und da kann man null auseinanderhalten. Im Oktober 2005 verabschiedet Tino sich zu seinem dritten Einsatz von Freundin Antje. Wenige Monate zuvor hatte sie ihm einen Heiratsantrag gemacht. Und also ich sehe das noch wie heute vor mir. Ich auf dem Balkon stand, sah wie er in das Auto einstieg und ich noch zu seinem Kameraden gesagt habe, passt gut auf euch auf und kommt gesund wieder. Da habe ich schon angefangen zu weinen und es war irgendwie anders, das dritte Mal, als er in den Einsatz gegangen ist. Tino Käßners Aufgabe, Schutz und Begleitung von hochrangem Militärbesuch. Auf der Hauptstraße ungefähr nach zehn Minuten vom Camp weg, sehe ich wie von der linken Seite ein Toyota über die Straße kommt und in mich reinfährt. Da drauf hin habe ich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, bin auf eine Straßenbegrenzung aufgefahren. Ja und dann Auto aus, Stand und Airbags sind aufgegangen und wir drei waren aber zu dem Zeitpunkt unverletzt, wir waren angeschnallt. Und haben uns angeschaut so, was war das jetzt? Da habe ich nach hinten geschaut und habe gesehen, wie das Auto, was mich vorher gerammt hatte, wieder wendet und dann ziemlich schnell auf uns zuhält. Und da hatte ich kurz Blickkontakt mit dem Fahrer, der hat mich angegrinst und da kam für mich so ein Gedanke, Moment, irgendwas geht jetzt schief. Da war er aber schon so auf ein, zwei Meter an uns dran gewesen und dann hat er zwölf Kilo Sprengstoff gezündet. Dann lag ich am Boden, hat sich der Staub wieder gelegt gehabt, das Gehör ist wieder gekommen. Und da war für mich dann der andere Gedanke, okay, jetzt, oh je, jetzt irgendwas passiert, jetzt schaust du mal nach deinen Kameraden, wie es denen geht. Wollte aufstehen, ging er nicht mehr, weil der rechte Fuß war doch sehr kaputt schon. Dann kamen schon afghanische Sicherheitskräfte gerannt, die sich dann um mich gekümmert haben. Die haben mich dann auch auf Trage gelegt und ein deutscher Oberfeldwebel, den ich kannte, Fahrer vom Sanitätsfahrzeug, hat mir auf die Schultern geklopft und hat gesagt, alles wird gut. Und da war ich dann ins Koma gefallen. Antje war früher selbst Soldatin. Er fährt wenige Stunden später von dem Anschlag. Und dann sind wir in unserem Besprechungsraum und da haben sie mir dann eben gesagt, dass Tino einer der Opfer ist. Er ist nicht der Tote, aber was genau ist, können sie mir nicht sagen. Er ist auf jeden Fall mit einer derjenigen, die verletzt sind. Tino Käßner wird nach Deutschland geflogen. Die Ärzte retten sein Leben. Doch der Berufssoldat verliert den rechten Unterschenkel. Ja, und dann ist er aufgewacht und die erste Frage, die kam, was macht ihr hier? Naja, wir sind hier, weil du schwer verletzt bist. Und er sagte, ja stimmt, dieser blöde Phantomschmerz. Und vom Kopf her war das für mich relativ zeitig klar, okay, oder von Anfang an, eigentlich an der Situation kann ich jetzt nichts mehr dran ändern, Beine ist ab. Und jetzt machen wir das Beste draußen, jetzt tun wir nach vorne schauen. Ich habe dann auf eigenen Wunsch die Bundeswehr verlassen, weil aus meiner persönlichen Sichtweise her habe ich mich nicht mehr so als Soldat gefühlt. Klar, wer sich jeden Tag, jede Sekunde daran erinnert, was da mal passiert ist mit, weil Prothese oder Stumpfschmerzen doch immer mal mit. Und aber ansonsten muss ich sagen, aus meiner persönlichen Sichtweise geht es richtig gut. Tino und Antje haben geheiratet und sind Eltern einer dreijährigen Tochter. Und Tino hat ein Ziel. Als Radrennfahrer zu den Paralympics 2012. 2003 beginnt schließlich der Feldzug gegen Saddam Hussein im Irak. Er ist Teil des War on Terror, des Krieges gegen den Terror. So definiert es der damalige US-Präsident George W. Bush. Ja, über die Jahre dann später, also zwei Jahre später kann man sagen, sah ich die amerikanische Politik und auch die amerikanische Bevölkerung auf dem vollkommen falschen Trip. Sie haben also im Endeffekt weder von den Anschlagern gelernt, noch haben sie die richtigen Schlussfolgerungen gezogen im Hinblick auf ihre Weltpolitik. Und das führte dazu, dass ich sozusagen so eine Aversion, eine Aggression entwickelt habe, die der Meinung war, wir brauchen mal einen Film, der im Endeffekt diese ganze Sache aufarbeitet. Und so habe ich mich hingesetzt und den Film Postel geschrieben. Postel heißt ja in Amerika, wenn einer Going Postel heißt, einer läuft amok. Und ich wollte im Endeffekt mit dem Titel so mehrere Sachen auf den Punkt bringen, nämlich ich laufe amok als Regisseur. Also, dass ich so die Sachen mal verbildliche, die sich keiner vorstellen kann, dass man sowas überhaupt zeigt. Und gleichzeitig aber auch, dass die Welt amok läuft. Also, dass wir sozusagen auf dem vollkommen falschen Trip sind. Boll ist der erste Filmregisseur, der diesen Tabubruch wagte, die Anschläge in einer Brachialsatire darzustellen. Ah, es ist wegen der Jungfrauen. Er garantiert gerade mal 20. Dann lassen wir es halt. Ich bin froh, dass du es zuerst hast. Okay, schalt die Sprechanlage ein. Liebe Fluggäste, wir ändern den Kurs Richtung Bahamas. Nein, hört mir zu, hört auf! Also, die Eröffnungsszene war natürlich einerseits die Idee, diese Absurdität der Selbstmordattentäter mal an den Tag zu legen. Andererseits aber auch die Idee, den Amerikanern damit auch voll eins auszuwischen. Indem man eben die dann nicht ins World Trade Center fliegen lässt, freiwillig, sondern nur durch Zufall im Endeffekt. Und da wusste ich, das tut natürlich beiden Seiten extrem weh. Also den Moslems, ja, aber auch den Amerikanern, die das natürlich als Vaterlandsverrat einstufen würden. Sein eigenes Drehbuch macht dem Regisseur Probleme. Für viele Rollen kann er keine Darsteller gewinnen. Die Gewerkschaft in Vancouver hat geschrieben, das spielt keiner. Und dann hat am Schluss der Produzent, der Dan Clark, der kommt aus Australien, gesagt, ich ziehe mir jetzt dieses Zeug an und hänge mich da ans Fenster. Und so wurde überhaupt die Szene gedreht. Also die Crew hatte sehr große Angst bei den Dreharbeiten. Also Leute, mit denen ich gute freundschaftliche Verhältnisse hatte, haben bei diesem Film gesagt, I pass. Und das ist eine Sache, die war für mich natürlich auch eine interessante Lebenserfahrung. Tausend Kinos in den USA wollten den Film zeigen. In nur sechs lief er letztendlich. Auch die großen deutschen Kinoketten zeigten den Film nicht. Im Fernsehen war Postal nie zu sehen. Bei US-Soldaten im Irak jedoch war die DVD ein Hit. CNN oder Fox News, die haben über den Film auch berichtet, aber durchweg negativ. Als anti-amerikanisch und sowas sollte man hier gar nicht aufführen. Es war eine Unverschämtheit der Opfer gegenüber. Ein Thema des Satirefilms. Osama Bin Laden und US-Präsident George W. Bush sind dicke Freunde, planen die Anschläge vom 11. September gemeinsam. 2011 holte die Realität die Satire ein. Amerikanische Spezialeinheiten spüren Osama Bin Laden in Pakistan auf. Fast genau zehn Jahre nach den Anschlägen wird der Terrorfürst erschossen. Die Nachricht geht um die Welt, auch zu den Menschen, die durch die Anschläge Angehörige verloren haben. Also als ich die Nachricht gehört habe, dass Osama Bin Laden erschossen worden ist, habe ich eigentlich erstmal nachdenken müssen. Für mich war es schon gefühlsmäßig so, dass jetzt ein Kapitel Familiengeschichte vielleicht abgeschlossen ist, weil er ja letztendlich doch der Stratege war, der die Anschläge hat durchführen lassen. Aber ich habe da überhaupt keine Genugtuung gefühlt oder irgendwelche Freude. New York, zehn Jahre nach den Anschlägen. Sie haben die Welt verändert. Haben sie auch die Menschen verändert? Ich finde, ich bedeutet der 11. September im Nachblick eine größere Grundbelastung in der Fliegerei. Durch etwas, was mit der Fliegerei eigentlich gar nichts zu tun hat. Und eine gewisse Trauer, dass immer mehr von der ursprünglichen angenehmen Lockerheit in der Arbeit etwas verloren gegangen ist. Und irgendwann hat sich das eben so, ja, habe ich es dann verstanden, dass das einfach jetzt die neue Realität war. Ich glaube, dass ich eben vorher jung und nicht besonders bedacht war und danach schon ein bisschen vorsichtiger geworden bin. Also der 11. September ist für mich und meine Generation das größte gesamtkollektive Trauma. Und das hat gezeigt, dass der Terror nicht nur im Fernsehen stattfindet, sondern auch in unseren Wohnzimmern und in unseren Köpfen und Herzen. Ich habe ja durch den 11. September fünf Jahre Haft hinter mir. Und zwar nicht irgendeine Haft, sondern ich saß fünf Jahre in einem Käfig. Und vielleicht hat es letztlich nur für einen selber, sagen wir mal, die Schleuse geöffnet, dass man weiß, es gibt eigentlich keine Grenze an Terror, den man sich vorstellen kann, denke ich. Mir persönlich hilft es überhaupt nicht weiter, wenn ich da jetzt an irgendeinem Denkmal stehe oder sonst was. Ich fahre jetzt auch nicht im September nach New York. Weshalb? Bloß weil das zehn Jahre her ist. Also ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Ich denke fast jeden Tag an meine Schwester und ich denke, das reicht aus. Wir haben aufgehört zu drehen und haben, weil wir auch gesagt haben, wir wissen gar nicht, wo das ist. Wir können jetzt nicht hier mit unserem kleinen Film weitermachen. Das kann da, passiert gerade etwas in der Welt. Suche nach weiteren Überlebenden. Vor dem Kollaps der Türme konnten 13.000 Menschen aus den Gebäuden gerettet werden. Doch im Chaos der Anschläge wissen viele Menschen nicht, ob ihre Angehörigen überlebt haben. Lars Fiechtner aus Deutschland hat vergeblich versucht, seine Schwester zu erreichen. Nachdem wir dann eben den ersten Kontakt hatten mit Freunden von ihr und sie sich also nicht gemeldet hat, da wurde man natürlich schon deutlich unruhiger. Und hat natürlich sich Gedanken macht, dahingehend, was jetzt passiert ist, ob sie eben schwer verletzt ist, ob sie tot ist oder wie auch immer. Plötzlich ein Lebenszeichen von seiner Schwester Ingeborg. Letztendlich war es dann halt so, dass Freunde mich in der Nacht vom Mittwoch zu Donnerstag halt angerufen haben, dass sie halt Inge gefunden haben und dass er im Krankenhaus ist und dass er noch lebt. Das Gefühl war natürlich eine große Erleichterung, weil ich sag mal, das, was man vorher oder was ich vorher nie nachvollziehen konnte, ist das Gefühl der Unsicherheit oder der Unwissenheit. Dass es eigentlich viel schlimmer ist, als wenn man mit der Tatsache konfrontiert wird, dass jemand gestorben ist. Man hat halt nur das Ergebnis gehabt, dass sie eben extreme Verbrennungen hatte, also weit über 70, 80 Prozent der Körperoberfläche eben verbrennungsweiten und dritten Grades. Durch die Anschläge bricht der Flugverkehr zusammen. Keine ausländischen Maschinen dürfen den amerikanischen Luftraum weiter ansteuern. In diesem Moment sitzt der Münchner Modedesigner Johnny Talbot in einer Maschine Richtung New York. Er will die Fashion Week besuchen. Ungefähr sechs Stunden Flugzeit habe ich auf den Monitor geguckt und habe gesehen, wir fliegen in die falsche Richtung. Später kam ein Pilot und hat gesagt, das ist ein Problem und wir fliegen nach Kanada. Da ist ein Unfall in New York passiert. Und beim Landen habe ich aus dem Fenster geguckt und habe gesehen, da waren Flugzeuge ohne Ende. Da waren wirklich 100 Flugzeuge da. Und ich habe gedacht, das ist kein Unfall, das ist irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Sein Geschäftspartner Adrian Runhoff verfolgt zu der Zeit die Bilder der Anschläge in seinem Münchner Büro. Ihr gemeinsamer Traum war immer Erfolg als Modeschöpfer in New York. Ich hatte natürlich auch schon Stunden versucht, ihn zu erreichen und zu erfahren, wo er ist. Und habe mir natürlich wahnsinnige Sorgen gemacht. Die Maschine, in der Johnny Talbot sitzt, wird nach Halifax in Kanada umgeleitet. Rund 1000 Kilometer von New York entfernt. Ich gehe vom Fernseher weg, ich gehe von den Bildern weg. Hans Rahmann von der Stiftung Mayday hat nach den Anschlägen Flugpersonal betreut. 95 Prozent der Flugbegleiter und Piloten, die er in dieser Zeit begleitet hat, belasten die Ereignisse nach einigen Jahren nicht mehr. Die fünf Prozent, die übrig bleiben, haben entweder Depressionen, das ist der größte Anteil, oder eine posttraumatische Störung. Oder sie haben Alkoholmissbrauch, also Drogenmissbrauch, oder eine Kombination aus allem. Und das wird schwierig, weil von denen, die dann erkrankt sind, die scheiden dann in der Regel aus den Berufen aus, verlieren ihre sozialen Kontakte, vereinsamen, bis dahin, dass vielfach auch ein Suizid dann das Endresultat ist. Auch New York, die Millionenmetropole, muss ein Trauma verarbeiten. Die Antwort? Business as usual. Das hat mich sehr erstaunt, dass es eigentlich direkt weiterging. Und das werde ich, glaube ich, auch bis heute nicht verstehen. Wie eine Stadt zwischen extremer Traurigkeit, Erschütterung und dann gleich wieder den Schalter umlegt und es geht weiter. Aber vielleicht ist es auch, dass diese amerikanische, die Art, dieser Optimismus, jetzt geht's weiter, jetzt packen wir es an und wir lassen uns hier nicht erschüttern. Der IT-Praktikant Jan Rheinmüller entschließt sich, eine neue Wohnung zu suchen. Durch die Terroranschläge sind die Immobilienpreise gesunken. Da bin ich dann eigentlich direkt gegenüber dem Crown Sea House eingezogen. Damals in so einer Penthouse-Wohnung und wo früher nur Investmentbanger gewohnt hatten und die auf einmal dann fluchtartig die Stadt verlassen haben. Und jeder hat mich irgendwie auf diesen Geruch angesprochen, warum das hier so riechen würde. Wir haben es beschrieben mit Chemikalien, wahrscheinlich auch Mensch, es ist ein Mix aus allem gewesen. In der Wohnung selber nicht, nur wenn man halt rausgegangen ist. In bestimmten Kreuzungen hat man das dann halt gerochen. Kommt immer darauf an, wie der Wind gestanden hat. Aber angenehm war es nicht, das auf keinen Fall. Nach dem Anschlag kam Iris Berben mehrmals nach Manhattan, um Ground Zero zu besuchen. Das ist ja doch eine, das ist ja eine Wunde, die nicht verheilt. Und immer noch, wenn du dort bist, am Ground Zero, das ist ja immer fühlbar, immer fassbar, immer sichtbar, was dort ist. Und manchmal denke ich, ich würde gar nichts mehr dahin bauen. New York nach 9-11. Die Angst vor neuen Anschlägen bleibt. Fieberhaft suchen die USA den Hauptverdächtigen Osama Bin Laden. Doch die DVD ein Hit. CNN oder Fox News, die haben über den Film auch berichtet, aber durchweg negativ. Als anti-amerikanisch und sowas sollte man hier gar nicht aufführen. Es wäre eine Unverschämtheit der Opfer gegenüber. Ein Thema des Satirefilms. Osama Bin Laden und US-Präsident George W. Bush sind dicke Freunde, planen die Anschläge vom 11. September gemeinsam. 2011 holte die Realität die Satire ein. Amerikanische Spezialeinheiten spüren Osama Bin Laden in Pakistan auf. Fast genau zehn Jahre nach den Anschlägen wird der Terrorfürst erschossen. Die Nachricht geht um die Welt. Auch zu den Menschen, die durch die Anschläge Angehörige verloren haben. Also als ich die Nachricht gehört habe, dass Osama Bin Laden erschossen worden ist, habe ich eigentlich erst mal nachdenken müssen. Für mich war es schon gefühlsmäßig so, dass jetzt ein Kapitel Familiengeschichte vielleicht abgeschlossen ist, weil er ja letztendlich doch der Stratege war, der die Anschläge hat durchführen lassen. Aber ich habe da überhaupt keine Genugtuung gefühlt oder irgendwelche Freude. New York, zehn Jahre nach den Anschlägen. Sie haben die Welt verändert. Haben sie auch die Menschen verändert? Ich finde, ich bedeutet der 11. September im Nachblick eine größere Grundbelastung in der Fliegerei. Durch etwas, was mit der Fliegerei eigentlich gar nichts zu tun hat. Und eine gewisse Trauer, dass immer mehr von der ursprünglichen angenehmen Lockerheit in der Arbeit etwas verloren gegangen ist. Und irgendwann hat sich das eben so, ja, habe ich es dann verstanden, dass das einfach jetzt die neue Realität war. Ich glaube, dass ich eben vorher jung und nicht besonders bedacht war und danach schon ein bisschen vorsichtiger geworden bin. Also der 11. September ist für mich und meine Generation das größte gesamtkollektive Trauma. Und das hat gezeigt, dass der Terror nicht nur im Fernsehen stattfindet, sondern auch in unseren Wohnzimmern und in unseren Köpfen und Herzen. Ich habe ja durch den 11. September fünf Jahre Haft hinter mir und zwar nicht irgendein... ...recht verrückt gemacht. Auch in Deutschland sind alle Flüge Richtung USA annulliert. In Berlin versucht Lars Fichtner, einen Flug nach New York zu bekommen. Seine Schwester hat die Anschläge im World Trade Center schwer verletzt überlebt. Nachdem feststand, dass Inge lebt und in einem stabilen Zustand ist, war eigentlich der erste Gedanke, wir müssen rüber. Und haben dann eben versucht, erst mal über das Auswärtige Amt einen Flug zu bekommen. Und es hat sich dann halt eben wirklich herausgestellt, das, was man vielleicht sogar befürchtet hat. Also in solchen Situationen ist man auf sich allein gestellt. Also außer dummen Sprüchen, ich muss das mal so sagen, haben wir eigentlich überhaupt keine Unterstützung seitens der deutschen Regierung gehalten. Vom Auswärtigen Amt nicht oder von anderen Stellen. Erst nach sechs Tagen gelingt es Lars Fichtner, seinen Flug nach New York privat zu organisieren. Am Montagnachmittag konnten wir sie im Krankenhaus besuchen. Und das war halt vollkommen bandagiert. Ja, Beatmungsschläuche, Intubationen, piepsende Geräte. Also es war von meiner Schwester nichts zu erkennen. Nichts, gar nichts. Es war nur, es war eine Mumie. New York nach den Anschlägen. Totenstille. Und dann diese Stille und dann kam diese Traurigkeit. Diese immense Traurigkeit, weil man halt realisiert hat, was eigentlich passiert ist. Bei den Anschlägen in New York sterben über 2700 Menschen. Aus dem Krankenhaus kommen schlechte Nachrichten für Lars Fichtner. Letztendlich ist dann eben das eingetreten, was häufiger eintritt, dass eben aufgrund der großen Oberfläche, die verbrannt war, eben das zu massiven Infektionen gekommen ist und sie dann am Multiorganversagen verstorben ist. Die Schwester wohnte seit den 60er Jahren in New York, hatte sich damit einen Traum erfüllt. Der 11. September und seine Folgen. Der Auftakt für ein Forschungsprojekt des deutschen Psychotherapeuten Professor Florian Holzbohr. Er hat die Anschläge als Augenzeuge in New York live miterlebt. Hier ist eine Sondersituation, weil hier zum... 2002 soll er an Deutschland übergeben werden. Der damalige Kanzleramtsminister Frank-Walter Steinmeier lehnt das ab. Erst vier Jahre später bewilligt Angela Merkel seine Rückkehr nach Deutschland. Kurnatz sitzt von seinem 19. bis 24. Lebensjahr in Haft. Diese Jahre sind einfach weg und kein Mensch, kein Politiker kann das irgendwie wieder gut machen. In meinem Fall gab es ja keine Entschuldigung oder keine Entschädigung, gar nichts. Viele Menschen haben immer noch Angst vor mir, weil sie der Meinung sind, ich könnte wirklich ein Terrorist sein. Das hat schon dazu geführt, dass ich auch Schwierigkeiten habe und immer noch so, dass es immer noch so ist. Wenn ich irgendwo Arbeit suche oder so, dass es schon kompliziert ist doch. Murat Kurnatz konnte niemals eine Verbindung zu einer terroristischen Vereinigung nachgewiesen werden. Heute lebt er wieder in Bremen, ist Vater und arbeitet in einem Sozialprojekt mit Jugendlichen. Die Anschläge vom 11. September haben weltweite Folgen. Der Krieg gegen den Terror beginnt. Auch deutsche Soldaten sind involviert. Oberfeldwebel Tino Käßner ahnt noch nichts. Direkt zu dem Zeitpunkt, 11. September oder einen Tag später, die Folgen, alles daraus, waren für mich persönlich noch gar nicht abzusehen. 2002. Als Teil der ISAF-Schutztruppe werden Soldaten der Bundeswehr in Afghanistan stationiert. Ihre Aufgabe, Aufbauhilfe und Ausbildung. Doch auch die Helfer geraten in Kampfhandlungen. Im Juni 2003 ist Tino Käßner zum ersten Mal im Einsatz. Also da in Afghanistan ist das Schwierige wirklich, Freund und Feind auseinanderzuhalten. Also das ist eigentlich unmöglich, weil, sagen wir mal, die Männer sehen eigentlich alle gleich aus mit dem Rauschenbart. Und da kann man null auseinanderhalten. Im Oktober 2005 verabschiedet Tino sich zu seinem dritten Einsatz von Freundin Antje. Wenige Monate zuvor hatte sie ihm einen Heiratsantrag gemacht. Und also ich sehe das noch wie heute vor mir, ich auf dem Balkon stand, sah, wie er in das Auto einstieg und ich noch zu seinem Kameraden gesagt habe, passt gut auf euch auf und kommt gesund wieder. Und da habe ich schon angefangen zu weinen und es war irgendwie anders, das dritte Mal, als er in den Einsatz gegangen ist. Tino Käßners Aufgabe, Schutz und Begleitung von hochrangigem Militärbesuch. Auf der Hauptstraße, ungefähr nach zehn Minuten vom Camp weg, sehe ich, wie von der linken Seite ein Toyota über die Straße kommt und in mich reinfährt. Daraufhin habe ich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, bin auf eine Straßenbegrenzung aufgefahren, ja, und dann Auto aus. In meinen Bauch geschlagen, sodass ich dieses Wasser einatmen musste. Das erweckt den Gefühl, als ob man unter Wasser ertrinkt. Nur mir war klar, dass ich, falls ich unterschreiben sollte, dass meine Familie zu Hause denken würde, unser Sohn ist ja wirklich ein Terrorist. Und später haben sie mich an Ketten an der Decke hochgezogen, bis meine Füße komplett in der Luft waren. Und für fünf Tage haben sie mich hängen lassen. Murat Kurnatz bleibt bei seinen Aussagen unschuldig zu sein. So kommt er nach einigen Wochen nach Guantanamo, dem berüchtigten US-Gefangenenlager auf Kuba. Ich wusste nicht, in welchem Land ich bin. Und da musste ich mich auch an diesen kleinen Käfig gewinnen, wo es keine Toiletten gab und gar nichts. Ein Rechtsanwalt steht ihm nicht zu. Er wird ohne gesetzliche Grundlage festgehalten. Ich durfte meinen Bart und meine Haare nicht rasieren. Heute weiß ich, dass es halt so festgelegt worden ist, weil es gut ins Bild passt. Und deswegen haben sie mich auch öfters im Vergleich zu den anderen mit der Kamera gefilmt. Und haben sie wahrscheinlich irgendwo in den USA gezeigt, weiß ich nicht, als Super Terroristen. Nach einem Jahr glauben die Amerikaner nicht mehr an seine Schuld. 2002 soll er an Deutschland übergeben werden. Der damalige Kanzleramtsminister Frank-Walter Steinmeier lehnt das ab. Erst vier Jahre später bewilligt Angela Merkel seine Rückkehr nach Deutschland. Kurnatz sitzt von seinem 19. bis 24. Lebensjahr in Haft. Diese Jahre sind einfach weg und kein Mensch, kein Politiker kann das irgendwie wieder gut machen. In meinem Fall gab es ja keine Entschuldigung, keine Entschädigung, gar nichts. Viele Menschen haben immer noch Angst vor mir, weil sie der Meinung sind, ich könnte wirklich ein Terrorist sein. Das hat schon dazu geführt, dass ich auch Schwierigkeiten habe und immer noch so. Dass es immer noch so ist, wenn ich irgendwo Arbeit suche oder so, dass es schon kompliziert ist doch. Murat Kurnatz konnte niemals eine Verbindung zu einer terroristischen Vereinigung nachgewiesen werden. Heute lebt er wieder in Bremen, ist Vater und arbeitet in einem Sozialprojekt mit Jugendlichen. Die Anschläge vom 11. September haben weltweite Folgen. Der Krieg gegen den Terror beginnt. Auch deutsche Soldaten sind involviert. Oberfeldwebel Tino Käßner ahnt noch nichts. Direkt zu dem Zeitpunkt, 11. September oder einen Tag später, die Folgen, alles daraus, waren für mich persönlich noch gar nicht abzusehen. 2002. Als Teil der ISAF-Schutztruppe werden Soldaten der Bundeswehr in Afghanistan stationiert. Ihre Aufgabe, Aufbauhilfe und Ausbildung. Doch auch die Helfer geraten in Kampfhandlungen. Im Juni 2003 ist Tino Käßner zum ersten Mal im Jahr, berichtet sie live. Wir kamen unten an, beide Gebäude standen noch, beide Gebäude haben gebrannt. Menschen sind rausgesprungen. Leute kamen und ins Gegend gerannt. Und die Zeugen berichteten, dass überall ums Gebäude herum einfach Leichen lagen. Menschen sind die ganze Zeit aus dem Gehörter rausgesprungen. Der Münchner Wissenschaftler Florian Holzboer beobachtet die Anschläge zeitgleich aus seinem Hotel. Das war für mich unfassbar, dass ein Turm, so ein großes Gebäude, durch so einen Einschlag dann so aus dem Gleichgewicht gebracht wird, dass er in sich zusammensinkt. Und von dem Moment an war der Gestank in dem Teil Manhattans unerträglich. Und man musste ja auch immer dran denken, dass das eigentlich in diesem Geruch auch der Geruch verbrannter Menschen enthalten ist. Wie viele Menschen überlebt haben, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Üblicherweise arbeiten bis zu 30.000 in den Büros des World Trade Centers. Auf der Straße lagen ganz viele Schuhe, Taschen. Alle hatten halt alles fallen gelassen. Und das war für mich auch wie so eine Kriegsszene irgendwie. Jan Reinmüller ist geschockt. Er verlässt sein Büro, geht in Richtung World Trade Center. Viele Menschen, die geschrien haben, andere Menschen, die nach Blut geschrien haben, Blutspende, Blutspende, bitte geht dahin, dahin. Und das war alles so. Man konnte jetzt gar nicht glauben, was da eigentlich passiert ist. Und dann habe ich New York erlebt, wie ich es hoffentlich nie wieder erleben werde und auch noch nie erlebt habe. Totenstille und kein Auto auf der Straße. Die Nachricht von den Terroranschlägen erreicht nicht jeden sofort. Die Schauspielerin Iris Berben dreht am 11. September 2001. Erst in einer Pause erfährt die Filmcrew von den Ereignissen in den USA. Es wurden die Fernseher angeschaltet und wir haben aufgehört zu drehen und haben, weil wir auch gesagt haben, wir wissen gar nicht, wo das ist. Wir können jetzt nicht hier mit unserem kleinen Film weitermachen. Das kann da, passiert gerade etwas in der Welt. Suche nach weiteren Überlebenden. Vor dem Kollaps der Türme konnten 13.000 Menschen aus den Gebäuden gerettet werden. Doch im Chaos der Anschläge wissen viele Menschen nicht, ob ihre Angehörigen überlebt haben. Lars Fiechtner aus Deutschland hat vergeblich versucht, seine Schwester zu erreichen. Nachdem wir dann eben den ersten Kontakt hatten mit Freunden von ihr und sie sich... Letztendlich. Auch die großen deutschen Kinoketten zeigten den Film nicht. Im Fernsehen war Postal nie zu sehen. Bei US-Soldaten im Irak jedoch war die DVD ein Hit. CNN oder Fox News, die haben über den Film auch berichtet, aber durchweg negativ. Als anti-amerikanisch und sowas sollte man hier gar nicht aufführen. Es war eine Unverschämtheit der Opfer gegenüber. Ein Thema des Satirefilms? Osama Bin Laden und US-Präsident George W. Bush sind dicke Freunde, planen die Anschläge vom 11. September gemeinsam. 2011 holte die Realität die Satire ein. Amerikanische Spezialeinheiten spüren Osama Bin Laden in Pakistan auf. Fast genau zehn Jahre nach den Anschlägen wird der Terrorfürst erschossen. Die Nachricht geht um die Welt, auch zu den Menschen, die durch die Anschläge Angehörige verloren haben. Also als ich die Nachricht gehört habe, dass Osama Bin Laden erschossen worden ist, habe ich eigentlich erstmal nachdenken müssen. Für mich war es schon gefühlsmäßig so, dass jetzt ein Kapitel Familiengeschichte vielleicht abgeschlossen ist, weil er ja letztendlich doch der Stratege war, der die Anschläge hat durchführen lassen. Aber ich habe da überhaupt keine Genugtuung gefühlt oder irgendwelche Freude. New York, zehn Jahre nach den Anschlägen. Sie haben die Welt verändert. Haben sie auch die Menschen verändert? Für mich bedeutet der 11. September im Nachblick eine größere Grundbelastung in der Fliegerei. Durch etwas, was mit der Fliegerei eigentlich gar nichts zu tun hat. Und eine gewisse Trauer, dass immer mehr von der ursprünglichen angenehmen Lockerheit in der Arbeit etwas verloren gegangen ist. Und irgendwann hat sich das eben so, ja, habe ich es dann verstanden, dass das einfach jetzt die neue Realität war. Ich glaube, dass ich eben vorher jung und nicht besonders bedacht war und danach schon ein bisschen vorsichtiger geworden bin. Also der 11. September ist für mich und meine Generation das größte gesamtkollektive Trauma. Und das hat gezeigt, dass der Terror nicht nur im Fernsehen stattfindet. Wenn man jetzt sieht, dass da jemand aus dem Fenster springt und dass es eben kein Fake ist, sondern das ist so. Also das ist schon eine extrem beklemmende Situation gewesen. Und dann habe ich New York erlebt, wie ich es hoffentlich nie wieder erleben werde und auch noch nie erlebt habe. Mir war klar, vor allen Dingen, als dann die Türme einstürzten, dass hier gerade Weltgeschichte in dem Sinn geschrieben wird. New York am Morgen des 11. September 2001. Es ist kurz vor 9 Uhr. Die meisten Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit. Der Münchner Professor Florian Holzbohr ist beruflich in der Stadt. Er hat mehrere Tage einen wissenschaftlichen Kongress besucht. Ich wollte am 11. September zurückfliegen. Und deswegen war ich auch gerade so beim Kofferpacken und guckte aus meinem Hotelfenster heraus in der Früh um neun. Und wunderte mich, dass ich da ein Flugzeug sah über Manhattan. Das sieht man normalerweise nicht. Und verfolge das und sehe, dass es in das World Trade Center hineinfliegt. Und kurz darauf kam ein zweites. Und es war ein schütternder Anblick. Die Bilder gehen um die Welt. In Berlin sitzt die damals 18-jährige Nachwuchsschauspielerin Pega Feridoni vor dem Fernseher. Weil ich schon zu dem Zeitpunkt in Filmen und Fernsehen gearbeitet habe, habe ich diese Bilder nicht verstanden. Also ich bin von Special Effects ausgegangen. Ich dachte, Moment mal, also was ist denn das? Also habe ich gemerkt, nee, das ist echt. Aber das kann irgendwie nicht sein. Das kann überhaupt nicht echt sein. Innerhalb von 20 Minuten stürzen zwei Flugzeuge in die Tower des World Trade Centers. Persönlich habe ich mich sehr betroffen gefühlt, weil man mit den Kollegen, die dort im Flugzeug sitzen, fühlt. Also da ist eine internationale Gemeinschaft, die sich dann solidarisch fühlt mit den Piloten und den Fluggästen, die dort in dieses Haus geflogen werden. Der ehemalige Pilot Hans Rahmann ist Vorsitzender der Stiftung Mayday. Eine Kriseninterventionseinheit, die bis dahin Notfälle in diesem Ausmaß nicht kannte. Das damalige Szenario war ja immer so, dass wir von Terroristen ausgingen, die auch am Leben bleiben wollten. Vor neun kam eben der Korrespondent, der Udo van Gampen, der das Büro hatte, was eben nach Süden hin blickte, kam zu uns rein und meinte, habt ihr gesehen, da ist ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen. Etwa sechs Kilometer Luftlinie sind die brennenden Tower vom ZDF-Büro entfernt. Und dann war auch der Kameramann schon da und ich bin mit dem Kameramann dann nach Ground Zero gefahren. Das Ausmaß der Anschläge, für die ZDF-Crew damals noch nicht absehbar. Das war so ein surreales Gefühl. Also wir saßen dann im Taxi, sind runtergefahren. Ich war eben noch genervt, weil ich dachte, wie schaffe ich das jetzt, zu meinen anderen Drehs zu kommen. Und als wir dann vor Ort waren, dann war ich ziemlich geschockt, also wie schlimm das doch aussah. Weil wie die Leute auch drauf waren, die uns entgegenkamen, die waren halt alle wahnsinnig mitgenommen. Tausende Menschen fliehen aus den brennenden Türmen. Die beiden Flugzeuge waren voll betankt über ihrem Arbeitsplatz eingeschlagen. Ich wollte auch, weil ich es irgendwie gut machen wollte, dann direkt an die Tür ran. Und da waren noch Polizisten und Sicherheitsbeamte, die meinten, geh zurück, weil hier Gegenstände fliegen, also es fliegen Sachen durch die Luft. Und in der Tat flog ganz viel Papier, reselte die ganze Zeit runter. In Berlin macht sich zur gleichen Zeit Lars Fichtner große Sorgen um seine 22 Jahre ältere Schwester. Und ja, zu realisieren, wenn man jetzt sieht, dass da jemand aus dem Fenster springt und dass es eben kein Fake ist, sondern das ist so. Also das ist schon eine extrem beklemmende Situation gewesen. Seit zwei Jahren arbeitet seine Schwester Ingeborg als Speditionskauffrau im World Trade Center. Ja, hab dann versucht, über das Handy meine Schwester zu erreichen, was natürlich vollkommen sinnlos war. Spätestens nach 001, 212 vor New York war Schluss, gab's keine Verbindung. Der deutsche Jan Rhein-Müller arbeitet zur gleichen Zeit nur wenige Kilometer entfernt, auch in einem Wolkenkratzer. Und man weiß, ich komm hier nicht mehr raus. Es ist ja nicht so diese Vorstellung, so gefangen zu sein, dass man am Ende einfach nur einen Ausweg sucht und irgendwie aus dem Hundertstens Stock springt und denkt, ja, vielleicht überlebe ich das jetzt. Und das zu realisieren, was da passiert ist und wie die Menschen da wirklich als letzten Ausweg nur gesehen haben, naja, ich probier's halt mal. Also überhaupt diesen Schritt zu gehen, ohne vielleicht...